ARMEX hier. Wir drehen heute, ich weiß nicht, ist das meine erste Straßenumfrage überhaupt. Gut so Chef Strobel mit Elevate Hose. Schon, wir sind in New York, wir sind im Central Park. Strobel kam gerade dazu. Und ja, ist natürlich auch Englisch, deswegen schicke ich da sehr gerne meinen Bruder auch vor. Der ist morgen weg, deswegen heute noch mal ausnutzen. Warum redet denn Max nicht Englisch? Er sagt, er hat mir mal erzählt im Stream, dass er on-cam kein Englisch redet oder so und nicht oft auf jeden Fall. Und er trägt eine Dreiviertelhose. Schwab, Max sieht aus wie so ein richtiger Churi. Lass gerne ein Abo da, wir haben noch richtig... Diese Dreiviertelhose, ne? Mega. Geil Content hier. Der Mann ist wohl Millionär. ...geplant in New York als Vlogs, auch als Livestream mit Chef Strobel. Noch ein Helikopterflug und super vielen geilen Sch***s. Ja, ich würde sagen, wir... Achso, wir haben gar nicht gesagt, was das Thema ist, ne? Achso, ich zeig heute, ich zeig den Leuten hier Bilder von deutschen Streamern und YouTubern. Und die müssen sagen, wie hot sie die finden von 1 bis 10. Scher, Strome, wie hot bist du? Ich hab keine Ahnung, ja? Nur 5. Das geht's. Und woher bist du? Wir sind von Florida. Florida. Er sieht wie ein F***boy. F***boy? Ja. Er ist. Ja. 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 Ei. Da sieht aber Sascha voll gut aus, finde ich. Er ist ein 8 oder ein 8 für ein AI. 8? Ja, er sieht ziemlich gut aus. Ja, ich liebe die Pumps hier. Die Pumps. Du hast ihm ein 8 wegen der Pumps. Ja, ich liebe das Foto. Ja, Sascha, was denkst du über ihn? His Charakteristik? Er ist nett. Er ist lustig. 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 Er sieht lustig, aber lustig. Er ist lustig. Ja, er sieht lustig. Aber ich gebe ihm ein 8. Er ist lustig, aber ein 8. Er ist lustig. Ja, es sieht lustig. Er sieht lustig. Ich gebe es 6. 6? Ok. Ja, das ist 6. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Blühe Augen sind gut. Ok, von 1 zu 10. 7. 7? Ja, ein obviös 7. Ein sehr, sehr beautiful smile. Ein sehr schöner smile. Was denkst du über ihn? Oh, er ist zu jung. Er ist zu jung. Er ist zu jung. Ja, es gibt den Justin Bieber flow von 2012. Ich denke, mit ein paar Jahren wird er ein sehr attraktiver Kind sein. In ein paar Jahre. Er hat das Potenzial. Definitiv. Ich glaube, es ist illegal zu raten. Okay, okay, ein paar Jahre später habe ich diese Bildung von ihm. Okay, ja, er hat gut gemacht. Ich mag das Haar eigentlich. Ja, ich glaube. Er hat ein interessanter Look. Interessant, okay. Ich würde sagen, 7. 7. Definitiv Fuckboy, auch. Fuckboy. Ich denke, es ist der Look. Ja. Der Persona. Der Persona, der ein bisschen wie ein Fuckboy sieht. Ja. Artist. Ja, 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 ja. Ich sage doch, Digga. Ich mache immer Schmeße draus. Sie reden wirklich so. Ja, ja, ja. Er sieht, als ob er Sneakers collectiert. Er ist ein bisschen jung. Ja, er sieht jung. Ja, okay. Der Haar ist wie ein Justin Bieber Haar. Jeder hatte diese Frisur früher in meinem Alter. Als ich 13, 14, 15, 16 war, alle hatten diese Frisur. Ich schwör's euch. Das war wie heute. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war Trend. Ah, okay, okay. I agree. I don't love the hair, but... He looks a little overly happy. Overly happy. A little fake. A little fake. Yeah, exactly. A little fake. Six, okay. He can like do things to work with it. Okay. He has potential. Yeah, we've heard it. We've heard it. Some years later. Oh, okay. Wow. He did fix his hair. I'm proud of him. I mean, he's still a little funky. Yeah, it's... Still a little funky? Yeah. I don't know. What makes his hair funky? I mean, there's kind of like two strands just curled over, hanging out. But I mean, if he rocks with that, like, go him. I mean, it's six out of ten. Yeah. Six out of ten, yeah. I've seen a lot of ugly dogs in New York, but they topen everything. They both have the top right there. He's ultra hot. And they look like a total loser. He got one and two. That's crazy. One to ten? What would you say about him? Oh, like... Two? Two, yeah. It's like he got out of prison. Okay, that's pretty harsh. He's not one of you guys, is it? Sorry. I just feel it. I'm sorry. He's probably the biggest streamer in Germany. Oh. What? Probably better if he has, like, the face stats. Yeah. But, like, I'm sure he's... You don't like the face stats? I'm sure he's very entertaining, no. No. Six, seven? Six, seven, yeah? Yeah, like... That's bad, no? Six, maybe five. Maybe five, yeah. Five, five. What would you say? What kind of a person is he? Hmm. I don't know. He has a chain. So maybe it comes off a little arrogant. Yeah, do you see? For sure, yeah. A little bit douchey, arrogant. Yeah. Bitchy full, bitchy full. Yeah. Very bitchy full. Very bitchy full. Bitchy full? Bitchy full, yes. What is that? Beautiful. Yeah, bitchy full. Ah, okay, okay. I like his style. You like his style? Yeah, yeah, yeah. What about a style? Hot. The cap? The cap? Yes, yes, yes. And the tattoo. And the tattoo. One to ten, one to ten? Eight. Yeah, eight. Eight, okay. No. Forty-two. Forty-two. Okay. They're on top, right? See, age? No, no, not the age. He just said that he is 42. What would you give him from one to ten? Five. Five, why? I don't like his... Head? Head, yeah. Okay. Five, okay. Because of his head and he looks old. Yeah. And there's seven. Seven, yeah. Yeah, 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 yeah. Why seven? The high isn't really doing it for me personally. I don't like the chain, but he has a nice smile. He has a nice smile, yeah. What a nice smile. Okay. Oh, now Mark. He's average attractive. I'll give him like a six. Yeah, I was gonna say five. Five. Six? Five? Is that... Six. Huh? Six. And why? He's too confident for me. I don't like it. Too confident? Okay. Not my type. Not your type. I give him a seven and a half. Seven and a half, okay. Five. Five. Why five? He's just like, he's too good looking, but that's not my... Too good looking? Yeah. Pretty average. Yeah. Pretty average. I've seen a lot of people that look like that. Yeah. Okay. What do you think about him? Is he a nice guy or maybe a little bit rude? He looks like he's kind of... Eddie, but that's my average. Do I not, bro? Mean, like he would make fun of me. Oh, really? Mean. Like a bad boy. I just feel like he would think he's hot, so he would be like a little rude. Narcissistic. Narcissistic. Yeah, yeah, yeah. I can agree on that. Um... Kind of like a... I can't tell you. Is this Mark? F-boy, the lip piercing. Like what? A F-boy. Nein! Is this... Wait a minute. Where did he have that picture? A player. A player. F-boy or... Yeah, in Germany we can't say those words. Like a fuckboy. Oh, okay. F-boy basically. Six. Six. Five. What do you say about his style? I don't like... He's a... The T-shirt? Six. The chain. The chain. Six. Oh. What? Um... Um... I think... Maybe a... Looks like a... Why are you laughing? I don't even know. It's just a little... Yeah, you can be honest. You can be honest direct. Seven and a half? I don't know. Okay, seven and a half? I'd give him an eight. An eight? Okay. One to ten? One to ten in a rating? What do you think? I can not like... Um... He looks like... He looks like... He's on Facebook. Yeah, he does. Like... Seven, maybe six. Oh, seven, yeah. Maybe six, okay. What would you say? Seven, eight. Seven, eight? An eight. Okay. Looks a little... I don't know... Fruity. Looks a little fruity. As an equal MSI, Like a 22-year-year-year-year-year-year-year-year-year-YEAH-YEAH-YEAH. Fruity. What does fruity mean? Like a little... Maybe... Gay? No, that's fine. That's totally fine. It's... It's very superficial, but that's your... that's your first impression, So that's fine. A little bit fruity. One to ten? He's a ten. Whoa, whoa, whoa. That was quick. Ja, er sieht gut aus. Ist er bekannt für gut aus? Vielleicht, aber er machte auch Service auf der Straße. Ja, und John, du hast ja den Kurs. Fuck, boi. Ja, er macht das. Ja, vielleicht wenn er mit seinen Teinen schreit, dann sieht er eher freundlich. Ähm, wie ein... Bro, und dann nehmen die so ein vergamed Gamerbild von mir. Da habe ich gerade, da habe ich Weekend League mit zwei Accounts gespielt. Äh, sechs, vielleicht? Sieht aus wie Harry Potter. Ich sehe aus wie ein verfickter Harry Potter, oder was? Ach, jetzt habe ich alles gehört. Bei den einen sehe ich aus wie ein Schuhverkäufer, bei den anderen wie Harry Potter. Einer hat mal gesagt, ich sehe aus wie so ein Kinderschänder ohne Sinn, Digga. Also, ich habe schon alles gehört. In einem Video hat eine gesagt, dass ich aussehe, es war bei dem Bild hier, ich weiß es noch ganz genau. Ich schwör's, ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war. Ich glaube, war das von Omad, das Video? In einem, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war mit Manni und Diego. Die haben gesagt, ich... Bei dem Bild war das. Digga, die Bilder früher waren so ver... ver-e-sportet. Was war eigentlich mein erstes Bild? War e-sport irgendwas, ne? Hashtag E-N. Äh, hier sehe ich auch... Hier, hier fand ich so süß aus. Mit so einem Hemd. Der Arme. Also, durchdringen. So ein normales. So, ich weiß auch so. Diese sportliche. Haare nach hinten. Sieht aus wie ein Steuerberater. Hier. Das ist Serjan, unser Stürmer. Der hat mich so krass durchs Abi gebracht. Das nächste Jahr wird mein Fokus voll auf E-Sport gerichtet sein. Es wird noch viel auf euch zukommen. Und der Rest ist Geschichte. Und 255 Wochen. Digga, er war der größte Ehremann. Er hat bei Delay leider noch kein Spiel gemacht, weil er leider einen Bandscheibenvorfall hat. Oder hatte. Aber er ist angemeldet bei Delay. Er hat sich immer gemeldet. Und wenn er genug Antworten gemacht hat, hat er mir immer die Antworten vorgesagt. Also sagen wir, er hat sich jetzt ein, zwei Mal gemeldet im Unterricht. Dann hat er mir... Dann habe ich ihn nach der... Wir saßen nebeneinander. Dann hat er mir die richtige Antwort gesagt. Dann habe ich mich gemeldet. Und dann habe ich die Antwort von ihm übernommen. So mäßig. Weißt du, was ich meine? Und er hat sich immer vor mir gesetzt. Und in Klassenarbeiten, seitlich vor mir, hat mir dann... Ich habe sein Blatt immer so hoch gehalten, dass ich alles abschreiben kann. Und ich habe immer dann auch meine Brille... Immer habe ich meine Brille mitgenommen. Das war die Schummelbrille. Ich hatte eine Schummelbrille. Die hatte ich nur an bei Klassenarbeiten. Und dann habe ich immer so Antworten aufgeschrieben. Und er hat seine Antworten immer kurz und knapp geschrieben. Außer in Deutsch oder so. Aber sonst hat er immer versucht kurze Antworten zu geben. War schon lustig. Hatte ich deine Leggings hin? Mit meinem Bro Joshi. Und dann habe ich hier einen Vertrag. Ich freue mich, meinen Heimatverein Hertha BSC in der virtuellen Bundesliga vertreten zu dürfen. Oh, da kam auch schon der erste Rücktritt. Der erste Rückschlag, Digga. Direkt rausgeflogen, VWL. Und hier habe ich Vertrag bekommen. Hier habe ich gesagt, nun ist es offiziell. Ich unterschreibe meinen ersten Profi-E-Sport-Vertrag bei Hertha BSC. Ich freue mich auf die kommende Zeit. Hashtag hahohe. Und dann kam hier Kreuzer. Ach stimmt, das war ja danach erst. Kommentare auch ausgeschaltet. Ech, ja, 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 ja. Da war ich mir nicht sicher, ob ich das öffentlich machen soll. Erstes Bild mit mir, Lina. Kommentare ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, das zu posten. Ich wollte es immer nicht öffentlich machen. Es kam auch voll gut an, so. Platz 20 der Welt. 30-0, Platz 20 der Welt, jedoch liegt der Fokus auf den 85er Modus und der fremden Konsole Hashtag Xbox. Hashtag Team Eli. Vielleicht, wenn er seine Haare ein bisschen verändert hat. Und die Augen. Ja. Okay, in welcher Richtung? Ich bin kein Hairstylist. Nur anders. Nur anders. Nur anders. Nur an der Seite. Okay, okay. 6. 6, ja. Ja, 6. Was würdest du sagen über ihn? Er sieht, wie er ein Sport spielt. Ah, E-Sport, ja. Athletisch. Er ist ein anderes Wort für ein versuchteter Wichser. Okay. Nice eyebrows, okay. Oh, ja. Oh, ja. No, no. Vielleicht ein 8, vielleicht ein 8. 7. Okay, er ist ein 7. Er ist ein 7. 7, 7, 7. Gotcha. An 8? An 8, ja. An 8, ja. Why an 8? Why so high? Um, I mean, I think, I just think he's cuter than the other one. I like his hair. Yeah, he's kinda cute, he's kinda cute. His eyebrows are a little intense for me. Yeah. The eyebrows are a little bit too intense. So, if the eyebrows would be a little bit lighter, maybe a 9? Sure. Yeah. Sure. From 1 to 10, spontaneous? I feel like he's an 8. 7? 7. He looks? Um, I'd give him, yeah, I'd give him a 7. Yeah, why? Why 7? The face is a little, like, unproportional. Unproportional? What does that mean? My face is unproportional? My face is unproportional? I mean, this is also the worst, this is also a bad picture, man. This is actually a bad picture. What did they take for a picture? Unproportional? How do you stand up, Eli? There's something a little off about it. I feel like you're pranking us right now. Really? I feel like he's not a YouTuber. Really? Because his face is a little bit off. I don't know. No, not because of that. He just doesn't, he's in athletic clothing. I feel like he's not a YouTuber. Okay, okay. Yeah. No, I agree. And his face looks a little bit, like, photoshopped. A little bit off. Yes. He looks very square. Okay, okay. He's actually an eSportler. That's why he's dressed that way. Okay. Oh, wow. He looks much older. Why are you laughing? Oh, he's very cute, too. He just seems smarter. He seems smarter? Yeah, he's smarter. One. One. Probably around the same. He's probably a little old. Welches Bild würdest du von dir nehmen? Ja, ganz kurz, der kleine Drifty. Mein Lieblingsbild von mir ist, glaube ich... Kleiner Drift, chat. Kleiner Updrifty. Updrifty. Mein Lieblingsbild von mir ist, glaube ich... Also, wo ich alleine drauf bin. Ich mag eigentlich das hier. Ich weiß aber nicht, ob das mein Lieblingsbild ist. Ich mag das hier, mag ich auch. Das hier ist auch ein cooles Bild, irgendwie. Aber es ist halt nicht so professionell. Es ist halt spiegelmäßig. Das mag ich auch mit Melina. Da bin ich halt nicht alleine drauf, ne? Es ist halt lustig. Ja, ich bin sicher. Ja, er ist lustig. Ja, er ist lustig. Ja, er ist lustig. Sehr gut. 5, ich glaube. Okay, 5? Ja, ich gebe ihm 5, du. Adidas und das Schriftpeste. 6. War ihr lachen? Er ist einfach ein bisschen zu alt für mich. Was denkst du über ihn? Oh. Warum war ihr lachen? Du kannst ehrlich sein, das ist gut. Oh, ich meine, er ist ein älterer Mann. Ich denke, vielleicht ein... Vielleicht ein 3 aus 10. Ja, ich agree. Er sieht gut aus. Ja, er sieht sehr gut aus. Er sieht glücklich aus. Er ist glücklich. Ja, aber warum genau ein 3? Just nicht mein Typ, persönlich. Ah, okay. Ich würde agree. Ja, okay. Ja, okay. Was würdest du ihm? Like a... Like a... 3. 3. Ja. Ja, ich gebe ihm 2. Ja, okay. Welche Person ist er? Er sieht wie ein f***boy. Er sieht süß, glaube ich. Süß. Ja, ein guter Mann. Ja, ein guter Mann, süß. Cool. Das ist krass. 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 He seems like he's hilarious, so I'll give him a 4. 4? Because he's hilarious? He has a lot of humor? Ja. Ja, exactly. Why would you say that? Just the way he's like posing and in the costume. A little bit of style. A little bit of style, yeah. Well, he looks like he does like funny skits on TikTok. Yeah. Um... He looks like a TikToker. A funny TikToker. 6? I do like his glasses, though. Oh, okay. Yeah, he looks pretty nice. What would you say? He looks like a f***boy. I give him like a 5 or like a 4, maybe. 5 or 4, but pretty funny. Yeah. He actually looks a little bit French, does he? Yeah, yeah. Will you give him 1 to 10? A 10. A 10? He looks French. I like it, yeah. Okay, perfect. He looks like Harry Potter. He looks... yeah. Do you know who he is? A 4. A 3 or a 4. A 3 or a 4? Maybe a 5. Do you like the Harry Potter kind of look? His smile, it doesn't... He looks sweet. Yeah. 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 Wie fand's das Video, Chef? Ey, war super moderiert von dir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Immerhin ab und like da lassen. War halt der, wo oberflächlich klar ist. So als Gag, ne? Es sind alles mega coole Menschen. So, sag mal was. Ja, ey, ich kenne Videos selber. Ist sau oberflächlich, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Nimmt das nicht zu ernst. Aber wenn das die andere YouTuber sehen oder so, man darf keinen Menschen nach dem Aussehen so schnell beurteilen. Doch, das ist hier das Format. Das machen wir hier mal. Spaß unter Freunden. Spaß unter Freunden. Alle haben gelacht. Warum sieht das so ölig aus? Es sieht mega ölig aus. 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 Zum Ende noch mal ein bisschen ölig. Bisschen Öl am Ende. Schaut gerne bei meinem Bruder vorbei. Argumentativ einfach ausgedrimmelt. Natürlich könnt das nicht. Ich kann nicht fremde Leute ansprechen. Dann das Ganze auf Englisch. Das wäre mir nicht unangenehm. Du solltest eigentlich auch mithelflos gar nichts gemacht. Ich kann nicht carry, nicht carry. Cappuccino die ganze Zeit getroffen. Wenn ihr sehr geile Straßenumfragen sehen wollt. Mit richtigem Hintergrund. Die auch was bringen. Mit psychologischem Hintergrund. Schaut gerne meinen Kanal von meinem Bruder vorbei. Der ist verlinkt. Meinungen, die Kommentare. Was sollen wir hier? Ich bin ja noch 5, 6 Wochen hier in New York. Was sollen wir die Leute noch Fragen stellen? Max kündigt seine erste Straßenumfrage an. Und lässt Niki die ganze Arbeit machen. Du müsstest mal so eine 1-10 Bewertung mit deiner Oma machen. Das wäre unnormal lustig. Der macht da Urlaub, glaube ich. Ich glaube, Trymax macht dort ihr Urlaub. Alles hat sich verändert. Jeder Tag. 247. Ihr schéemme mein Name. Und ich komme runter, ja. Jeder Tag. 247. Ja. Jeder Tag. Ich komme runter, Be...